Du bist wie meine Mami nach einer Kiste Wein. Ich bin ein Ziegelstein. Wir werden euch zermalmen und eure Träume abwürgen. Zunächst soll jeder von uns ein Bild von Präsident Eisenhower malen. Und dass dann der Arzt sagte, dass ich keine Würmer mehr hätte, war das der glücklichste Tag in meinem Leben. Danke, Ralf. Sehr anschaulich. Lisa ist ein wahnsinnig toller Typ. Wenn ihr mal groß ist, will ich so sein wie ich. Achtung, die erste akademische Verwarnung geht an Wiggum, Ralf. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen! Nein, tut mir leid, Ralf. Das bedeutet, du kannst deine eigene Sprache nicht. Ich nicht, Sprache? Das ist völlig unmöglich. Ja, Ralf? Meine Eltern wollen nicht, dass ich eine Schere benutze. Deine Mitschüler lachen dich zu Recht aus. Damit kann man nicht mal Butter schneiden. Also, nehmt den Rotstift zur Hand. Miss Hoover? Ja, Ralf? Ich habe leider keinen Rotstift mehr. Warum? Ich hab ihn gegessen. Hi, Lisa. Hi, Super Nintendo Chalmers. Ich bin noch beim Lernen. Ja, nur weiter so, Ralf. Warum können wir keine Freunde sein wie ich und Mr. Finger? Jetzt hast du mich zum letzten Mal betrogen. Achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ich hab dich gefunden, Bart. Ralf, wir spielen Dame. Ich mag dich nicht verwöhnt, das Mama-Kind. Ding, ding, ding! Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Ralf, bist du jetzt mal fertig? Ich war fertig, bevor wir reinkamen. Hey, einst... Hey, Simpson, machen wir ein Spiel? Wer zuerst vor dem Bus ankommt, kriegt Martins Essens Geld. Was? Los, Apfel... Los, Apfelzine! Los, meiner... Die folgende Wahlsendung wurde von Republikanern und Demokraten bezahlt. Armherzig. Taff. Neugierig. Das sind alles Worte, die Ralf Riggum nicht kennt. Aber er muss sie nicht kennen, denn er lebt sie. Jeden Tag. Ich werde Ralf wählen, weil sein Lächeln nicht glauben macht, dass alles in Ordnung ist. Auch wenn's das nicht ist. Ich werde Ralf auch wählen. Aber kein Wort zu, Sie wissen schon, wen. Wählen Sie am 4. November. Das Neueste in einer langen Reihe von großartigen amerikanischen Staatsoberhäuptern. Ich möchte ein Dreirad, einen Hund, der meine Spielzeugautos nicht auffrisst, und eine bessere Zukunft für Amerika. Ja, ich bin Ralf Riggum und war immer ein braver Junge. Ich hab in meiner Absinne gemacht. So, Kinder. Jetzt dürft ihr eure Valentinskarten austauschen. Miss Hoover. Ich hab mir den Kopf an der Schulter festgeklebt. Oh Gott. Lisa Simpson ist bei mir in der Schule. Ja, ja. Das hast du bereits gesagt. Was weißt du noch? Manchmal bohre ich in meiner Nase, bis sie blutet. Es geht um Lisa. Lisa Simpson ist bei mir in der Schule. Hat diesen Burschen schon mal jemand... Jetzt steckst du noch das linke Bein in die linke Seite der Hose und schon bist du fertig. Ich hab mich selbst angezogen. Lauf, Ralf, lauf! Okay! Endlich ist die Welt wieder sicher. Stimmt's, Fallout Boy? Was gibt's morgen zum Mittagessen? Der nächste. Hähnchenhälse? Wir finden niemals den... Auw, sag ganz, du Dummkopf Ich bin ein Ei Daddy, ich hab einen Ralfburger gemacht Der schmeckt aua Ja, der schmeckt so, weil er nicht zum Essen ist Nein, 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 tut mir leid. Isst ruhig, isst ruhig. Alles ist so, wie du denkst, Ralfi. Beide, Papa, Papa! Warum laufen alle vor mir davon? Lisa Simpson ist bei mir in der Schule. Ja, ja, das hast du bereits gesagt. Was weißt du noch? Manchmal bohr ich in meiner Nase, bis sie blutet. Es geht um Lisa. Lisa Simpson ist bei mir in der Schule. Hat diesen Burschen schon mal jemand verprügt? Die Ratte symbolisiert filmische Redundanz. Die Ratte symbolisiert filmische Redundanz. Oh, deine Ratte symbolisiert.